Herzlich Willkommen beim Podium. In der Zukunft treffen wir uns. Wohnen, Sorgearbeit wie Feministisch. Schön, dass so viele Menschen gekommen sind. Ich bin Kate und arbeite beim Kunstwerk der Ökonomie und darf euch heute durch diese Podiumsdiskussion begleiten. Bevor wir beginnen, gebe ich aber das Wort noch an Charlotte, die euch gerne ein paar technische Details klären möchte. Ja, hallo auch von mir. Ich bin Charlotte, arbeite auch beim Kunstwerk der Ökonomie und habe Kate und ich zusammen die Veranstaltung heute Abend vorbereitet. Wenn ihr irgendwelche technischen Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne den Chat am besten direkt schreiben. Ich müsste ganz oben stehen, weil ich so eine Null noch von meinem Namen habe und hoffe, es wird sich leicht klären. Eure Kameras sind von der Grundauseinstellung und euer Ton ist aus, aus dem Grund, weil wir die Veranstaltung aufnehmen, um danach die online zu stellen und aus datenschutzrechtlichen Gründen einfacher ist, wenn niemand nochmal erscheint und nicht sprecht. Das ist natürlich schade, weil dann ein bisschen weniger hier natürlich von euch seht, aber die Möglichkeit ist, dass ihr im Chat schreibt oder euch irgendwie bemerkbar macht, wenn es Fragen gibt oder sonstige Sachen. Genau. Ja, ansonsten schaue ich den Chat und beobachte ich den und mache meine Kamera aber währenddessen aus und wenn es Fragen auf dem Chat gibt, dann schalte ich mich an und werde das, was im Chat relevant ist oder Dinge vielleicht rausnehmen und filtern so ein bisschen. Genau. Wenn ihr irgendwie so Wörter nicht verstanden habt oder sowas oder nochmal habt, dann schreibt das auch gerne im Chat, dann würde ich das auch nochmal an euch Referentin oder so weiterleiten. Danke Charlotte. Ich möchte jetzt noch das Projekt Zukunft für alle vorstellen, dessen Teil die heutige Podiumsdiskussion ist. Der Ausgangspunkt für das Projekt war die Suche nach Antworten auf die Fragen, wie wollen wir 2048 lieben und wie kommen wir da hin und wie kann die Zukunft gerecht, ökologisch und machbar sein. Für alle. Letztes Jahr wurde ein Buch Zukunft für alle von konzentrierender Ökonomie veröffentlicht, welches eine Vision für das Jahr 2048 vorstellt. Diese Vision ist durch die Zusammenarbeit mit Menschen aus Zivilgesellschaft, sozialen Bewegungen und Wissenschaft, die zu unterschiedlichen Themen arbeiten und konkrete Ideen entwickeln, entstanden. Die Broschüre ist jedoch kein Masterplan, sondern soll zum Visionieren anregen. Ebenso ist nur ein begrenzter Ausschnitt an Perspektiven geholt worden und bisher wenig miteinander verbunden worden. Das wollen wir mit einigen Podiumsdiskussionen, welche dieses Jahr stattfinden, verändern. Wir haben bewusst diese Veranstaltung auf Anfang März gelegt, da wir viel feministische Utopien mit den Streiks um den 8. März näher bringen wollten und ich hoffe, wir werden euch mit den heutigen positiven Visionen gut auf die nächsten Tage einstimmen. Bevor ich unsere Gäste vorstelle, möchte ich noch ein paar Worte zu dem Ablauf vom heutigen Podium sagen. Wir starten mit einer kurzen Runde zu den Visionen für das Jahr 2048 für die jeweiligen Themenbereiche Wohnen, Sorgearbeit, Familienvielfalt. In der anschließenden Diskussion möchten wir unsere Themen näher zusammenbringen und miteinander verbieten. Danach werden wir euch in kleinen Gruppen aufteilen, um sich kurz zu dritt untereinander auszutauschen und Fragen im Chat stellen zu können. Und dann zu der Abschlussfrage unseres Podiums zu kommen, und zwar, wie kommen wir da hin, zu unserer queerfeministischen Utopie 2048. Wir haben uns jetzt einen Zeitplan bis 1945 angedacht, je nachdem wie viele Fragen kommen, aber es sollte nicht viel später sein. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich unsere drei Gäste, die mit uns heute da sind. Mono Welk, Lina Hulin und Francis Sieg. Mono Welk, an der Schnittstelle von Kunst und Aktivismus und verortet sich damit in eine queeren Praxis. 2017 leitete er die wilde Produktion Supra Mater Gameshow, die sich mit dem Mythos von Mutterschaft auseinandersetzte und gründete 2018 das Mixed Abled Performance Kollektiv Polymora. Mono mitorganisiert das Familia Futura Festival. Schön, dass du da bist, Mono. Lina Hulin setzt sich für ein Recht auf Stadt und gutes Wohnen für alle. Aktiv im Mietshäuselsyndikat, im Nachbarschaftszentrum Ostwache und im Netzfeld Leipzig. Stadt für alle. Auch schön, Lina, dich begrüßen zu können. Franzis Sieg ist Geschlechterforscherin und zurzeit Vertretungsprofessorin für Sozialarbeitswissenschaft an der Hochschule Neubrandenburg. 2020 erschien der Sammelband Solidarisch gegen Klassismus. Organisieren, Intervenieren und Verteilen. Herausgegeben von Franzis und Brigitte Theissen. Auch schön, dass du da bist, Franzis. Und damit kommen wir gleich zu dem ersten Frageblock. Vielleicht ganz kurz fünf Minuten. Ich gebe euch eine anleitende Frage und wenn ihr Lust habt darauf einzugehen. Mono, du hast Familia Futura mitorganisiert. So geht es um Familienvielfalt, darum, wie Menschen in der Gesellschaft behindert werden und du sorge Utopien. Das heißt, ihr werdet bereits einen Blick in die Zukunft. Was bedeutet Familie für dich im Jahr 2048? Mit wem liebst du solche Beziehungskonstellationen zum Alltag im 2048? Ja, hallo. Also 2048, da gehe ich schon so aufs Rentenalter zu langsam. Und obwohl ich mein ganzes Leben lang als freischaffender Künstler und Aktivist gearbeitet habe und auch nicht viel in diese Rentenversicherung eingezahlt habe, werde ich trotzdem mir nicht so viel Sorgen machen um meinen Lebensunterhalt, weil es dann das bedingungslose Grundeinkommen gibt. Und sich da dann die Frage so ein bisschen anders gewichtet, ob die Arbeit jetzt Lohnarbeit sein muss oder nicht. Und das entspannt mich auf jeden Fall diese Perspektive. Genau, zu der Frage, was Familie in der Zeit für mich bedeutet oder was ich sehe. Also ich sehe mich zum Beispiel leben in einem Projekt, was Wohnen und Arbeiten auch unter einem Dach verbindet. Und ich stelle mir das so vor, dass ich irgendwie in so einer kleinen Hütte lebe auf einem Gelände, wo es ganz viele verschiedene Gebäude gibt. Also auch große Gebäude für große WGs und kleine Häuschen wie meins für mich, wo ich irgendwie meine kleine Küche habe und mein kleines Bad, aber trotzdem auch Gemeinschaftsorte auf dem Gelände sind. Und eine Draußenküche und ein Seminarhaus, wo irgendwie verschiedene Gruppen arbeiten können. Und dieser Ort ist sozusagen ein politischer und gesellschaftlicher Ort der Utopie. Und genau, dort begegnen sich viele verschiedene Leute aus der Region, die dort leben oder die dort zu Besuch sind, die dort mal arbeiten. Und dort habe ich auch so meine, mein Alltagswahlfamilien-Netzwerk. Und das wäre so eine Vision, die ich hätte für die Zukunft, dass für verschiedene Lebensphasen und verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Räume auch existieren, in denen diese Vereins, also einer Vereinzelung in der Gesellschaft irgendwie entgegengewirkt werden kann. Und dazu gehört zum Beispiel auch irgendwie ein Konzept der solidarischen Ökonomie, was ich vielleicht mit nochmal anderen Leuten habe, die nicht mit mir dort leben. Vielleicht irgendwie andere vertraute Menschen, die vielleicht auch ganz woanders leben, aber wo wir uns irgendwie ein Konto teilen und unser Geld zusammenschmeißen. Genau. Und auch die, die, dieser Ort, an dem ich dort lebe, der ist auch so intersektional, mit einer intersektionalen Perspektive geplant, konzipiert, dass wirklich auch so viele Barrieren wie möglich abgebaut werden. Das heißt, genau, es gibt einmal ökonomisch nicht so hohe Barrieren, dort zu leben. Also die Miete ist nicht so teuer, weil das kommunaler Wohnraum ist und ein kommunaler Raum, der kollektiv verwaltet wird von den Leuten, die dort leben. Und genau, es werden, es wird auch von dieser Gruppe sozusagen ein Konzept erarbeitet, wie explizit auch marginalisierte Menschen in der Gesellschaft dort Raum finden können und auch wirklich strukturell das versucht wird, die so einer Reproduktion von, von Machtverhältnissen sozusagen entgegenzuwirken. Und genau, da denke ich irgendwie an Menschen, die irgendwie von Klassismus betroffen sind, an queere Menschen, an BPOC, an Menschen mit Veränderungen. Genau, so das ganze Spektrum. Und genau, also es ist ein sehr anspruchsvolles, ein anspruchsvoller Ort, aber da hätte ich irgendwie Lust drauf, alt zu werden an so einem Ort. Und genau, die Natur ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass die da ist und dass ein bisschen Luft zum Atmen da ist. Genau. Also, das wäre jetzt meine Vision für das Jahr 2048. Danke, Mono. Ich würde gleich das Wort an Lina weitergeben. Und zwar, Lina, du bist aktiv für ein Recht auf Stadt und gutes Wohnen für alle, so wie im Miethäusler-Syndikat. Und ebenso hast du bei dem Kongress und dem Buch Zukunft für alle mitgewirkt. 2048. Wie wohnst du und mit wem siehst du auf dem Kuchentisch? Und vielleicht, was du noch Lust hast, auf eine zweite tiefergehende Frage. Du beschäftigst dich ja auch mit gender-sensiblen Stadtplanung. Kannst du erklären, was das heißt und wie das 2048 aussieht? Ja, danke erstmal für die Einleitung. Mit genau dieser Frage haben wir uns ja auch in dem Kongress und in der Vorbereitung dazu beschäftigt. Und wir haben uns über ganz viele Sachen, naja, nicht gestritten, aber doch diskutiert. Einig waren wir uns aber dabei, dass Wohnen oder Wohnraum auf jeden Fall keine Ware mehr ist. Also, dass Grund und Boden, aber auch Immobilien dekommodifiziert sind. Also, keine dekommodifizierte, einfach nur keine Ware mehr oder vom Markt genommen und vergesellschaftet. Das wirft natürlich ganz viele neue Fragen auf. Vor allem eben, wie Wohnraum verteilt werden kann. Weil, wenn wir nicht mehr danach gehen, wer am meisten Miete bezahlen kann, es wird ja immer noch Wohnraum in der Innenstadt und außer am Stadtrand geben. Es gibt kleine und große und hässliche und schöne Wohnungen. Auch wenn das natürlich nicht immer ganz objektiv ist. Aber, ja, da müssen wir uns einfach auch neue Wege überlegen, die ich auch noch nicht klar vor Augen habe, aber auf die ich ganz gespannt bin. Und ich glaube, ein wichtiges Stichwort ist auch Flexibilität, weil so wie Wohnen gerade ist, ist man entweder in einem Abhängigkeitsverhältnis als Mieterin oder man hat sich oft in jungen Jahren als junge Familie oder so Wohneigentum an die Beine gebunden. Und hat jetzt irgendwie so ein Reihenhaus, wofür man sich hoch verschuldet hat und was dann im höheren Alter irgendwann abbezahlt ist, aber überhaupt nicht mehr den Bedürfnissen entspricht. Weil es zum Beispiel nicht barrierefrei ist, weil es vielleicht viel zu groß geworden ist, weil die Kinder aus dem Haus sind und auch gar nicht mehr der Ort ist, an dem man leben möchte, aber man sich da einfach so dran gebunden hat. Und das möchte ich auf jeden Fall, dass das anders ist. Weil auch ich 2048, wenn ich 57 und vielleicht gerade in dieser Situation, also vielleicht genau da, wo sich das Leben ändern wird, die Kinder ausgezogen oder sonst wie und sich da eben auch wahrscheinlich am Wohnraum was ändern muss. Und ich hoffe, dass es dann eben nicht mehr von Kapital und von Geld bestimmt ist, sondern bedürfnisorientierter ausgelegt ist. Was du noch gefragt hattest, war das mit der, ich sage immer, feministischer Stadtplanung, gendersensibel, wie auch immer. Ja, das bedeutet einfach, also die Städte, in denen wir leben, die sind ja nicht einfach so aus dem Boden entsprungen oder irgendwie Gott gegeben oder so, sondern die sind ja gemacht und die sind geplant. Und die sind größtenteils von cis-männlichen Stadtplanern und Architekten gemacht und so sehen die dann ja auch aus. Also die Städte, zumindest in Europa, sind ja weitgehend auf Lohnarbeit zugeschnitten und ja, die Innenstädte auf Vermarktung von Produkten. Aber eben auch oft klar gegliedert in Wohnen, also hier wird gewohnt, hier wird gearbeitet und hier wird konsumiert. Und das entspricht, würde ich sagen, nicht einem menschlichen Bedürfnis nach Leben im städtischen Raum. Also wenn ich von feministischer Stadtplanung spreche, dann meine ich eigentlich nur, dass ich will, dass Städte wieder menschlicher werden. Also dass sie sich eben daran orientieren, was Menschen brauchen, um gut darin zu leben und nicht, was irgendwie die größten, also die Kapitalinteressen am meisten befriedigt. Zum Beispiel hoffe ich auch, dass die Städte endlich autofrei oder zumindest größtenteils autofrei sind und dass die Mobilität gewährleistet ist für Leute, die zu Fuß unterwegs sind, für Leute, die mit Rollstuhl sind, für Leute, die mit Kinderwagen sind und in verschiedenen, ja, wie auch immer. Aber eben nicht nur für Autos, weil so sind ja die Städte ausgelegt, in denen wir gerade hier so leben. Zumindest wenn ich hier von den Großstädten in Deutschland spreche. Genau, und Wohnraum ist natürlich auch ein ganz zentrales Thema, weil die, also das wird ja sicherlich heute auch Thema sein, die Wohnungen, so wie sie geschnitten sind, egal ob es jetzt um, was weiß ich, Reihenhäuser geht oder um Großwohnsiedlungen, sind die ja eigentlich immer auf ein Kleinfamilienmodell ausgelegt. Also zumindest seit der Industrialisierung und die meisten Wohnungen sind nun mal danach entstanden oder dabei, sind die eben so geschnitten, dass da gar nicht mehr Leute leben können als vielleicht vier, fünf. So, und ich will auch gar nicht sagen, dass man so nicht leben darf, aber es sollte eben doch auch andere Möglichkeiten geben, ja, Wohnraum zu gestalten und Zusammenleben zu gestalten und auch, also weil auch an der gebauten Umwelt hängt ja im Endeffekt, wie gut wir zusammen auch Care-Arbeit und andere Aufgaben erledigen können. Genau, vielleicht das erstmal dazu. Danke, Lina, auch für deine Vision. Und ich werde mich an Franzis wenden. Franzis, du bist Geschlechterforscherin und hast deine Doktorarbeit über Trans- und nichtbinäre Sorgearbeit geschrieben. Ein Blick in die Zukunft. Es ist 2048, wie arbeitest du? Und was wird gesamtgesellschaftlich unter Care 2048 verstanden? Ja, danke für die spannende Frage. Also genau, ich bin dann 60 und hoffe, dass ich dann auch nicht mehr so viel Zeit mit Erwerbsarbeit zubringen werde. Also ich, genau in meiner Utopie wurde dann die Erwerbsarbeitszeit auf 20 Stunden verkürzt. Also wir haben alle mehr Zeit für Sorgearbeit, für politische Arbeit. Und genau, ich hoffe auch, dass das oder in meiner Utopie ist auch das Rentenalter etwas nach vorne gezogen. Insofern, genau, denke ich, dass ich dann sehr viel Zeit haben werde für politische Arbeit, zum Beispiel im Feld Klimagerechtigkeit oder auch soziale Gerechtigkeit und auch für Sorgearbeit, weil es ja gar nicht viele Modelle gibt für queere Pflege zum Beispiel. Und ich denke, ich werde mit anderen Personen, die dann auch in dem Alter sind, andere Formen von Fürsorge auch im Alter füreinander aufbauen. In Wahlfamilien, in queeren Familien. Und ich gehe aber davon aus, dass ich dann auch immer noch wissenschaftlich aktiv sein werde. Hoffentlich auch weiter in der Sozialarbeitsforschung zum Beispiel gerade solche Fragen von Queer Care weiter irgendwie begleiten kann. Genau. Ich fand es aber super spannend. Genau, ich bin selbst ein bisschen Workaholic, muss ich sagen. Deswegen hoffe ich, dass ich mit diesen Veränderungen auch mitgehen kann und dann wirklich bei der Arbeitszeitverkürzung dabei bin. Ich hatte noch eine weitere Idee, die wir gerade auch diskutieren in so klassismuskritischen Netzwerken. Und zwar auch Erbschaften, um zu verteilen. Also in meiner Utopie gibt es nicht nur eine Arbeitszeitverkürzung und ein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern es werden auch wirklich alle Erbschaften solidarisch umverteilt. Und dadurch wird einfach soziale Ungleichheit so angeglichen, dass es auch gar nicht mehr so die Notwendigkeit gibt, eine 40-Stunden-Woche zu arbeiten. Und ich hoffe auch, dass genau das Thema Care-Arbeit dann auch ganz anders gedacht wird, also nicht mehr an Geschlecht gebunden ist, sondern alle Menschen Sorgearbeit übernehmen. Und egal, welche Geschlechtsidentität sie haben, dass alle Menschen sozusagen in Sorgebeziehungen eingebunden sind und Sorgearbeit auch gerechter verteilt ist. Danke. Ich habe schon vorher manchmal so Reaktionen gesehen. Es ist eine Funktion bei dem neuen Zoom. Bei mir steht da unten rechts auf der Sparte Reactions. Und da könnt ihr so Applaus machen und ich glaube, oder Herzchen schicken. Ich glaube, die SprecherInnen freuen sich auch über eure Reaktionen, weil wir sonst nicht so viel Gefühl in diesem digitalen Raum für das Publikum haben. Genau. Jetzt kommt ganz viel Applaus. Danke. Damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Frageblock. Und zwar, ich habe jetzt schon bei der Einstiegsfrage quasi ein bisschen Bezug aufeinander genommen, weil wenn wir von Wahlfamiliennetzwerk sprechen, kommen wir natürlich auch gleich zu dem Wohndaum. der sich dementsprechend auch verändern muss. Und auch bei dem Kongress und in der Buch Zukunft für alle war schon klar, okay, wir können nicht einzelne Themenbereiche einzeln behandeln, sondern es ist notwendig, miteinander zu sprechen. Und deswegen würde ich jetzt nochmal Fragen an euch stellen und euch ermuteln, auch gerne aufeinander reagieren, wenn ihr das möchtet, euch einfach zu melden. Mono, du hast das schon angefangen mit diesen Wahlfamiliennetzwerken und wie beeinflusst das dann den Wohndaum oder die Mietwohnung, diese Familiengestaltung, wie wird das gegenseitig beeinflusst? Ja, genau, da gab es ja gerade eben auch schon von Dina und Frances irgendwie verschiedene Gedanken nochmal zu, die ich auch nochmal aufgreifen möchte. Also das Stichwort Flexibilität kam mir gerade nochmal in den Sinn, was meiner Meinung nach oft fehlt, was Wohnraum betrifft. Also dass irgendwie, wenn eine Familie gegründet wird oder Leute als Familie zusammenkommen, suchen die einen Wohnraum und dann haben sie meistens in der Stadt vielleicht irgendwie eine Wohnung, die eine begrenzte Anzahl von Zimmern hat. Und oft ist es ja auch so, dass die Hausgemeinschaften nicht so vernetzt sind persönlich untereinander und die Menschen, die in dem Haus leben, natürlich auch nicht so viel Einfluss auf die Grundrisse haben, ob sie jetzt irgendwie ein Zimmer von der Nachbarswohnung dazunehmen können oder tauschen können, ohne dass die Miete erhöht wird oder so. Und das wäre natürlich in, also die Grundvoraussetzung wäre natürlich, dass Menschen über den Raum, in dem sie wohnen, selbst mitentscheiden können in der Zukunft, damit halt das Angepasste ist an diese Flexibilität, die das Leben, glaube ich, einfach mit sich bringt. Also eine Familie ist ja irgendwie ein lebendiges Konstrukt. Es ist eben kein Konstrukt, sondern es ist lebendig und besteht aus verschiedenen Menschen mit Bedürfnissen. Und genau, die Bedürfnisse ändern sich, je nach Alter oder Lebenslage, äußere Umstände. Genau, Menschen verändern sich. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach gerade so wie Wohnraum konzipiert wird und wie der auch organisiert wird, wie ausgewählt wird, wer wo einziehen kann und was passiert, wenn die Wohnung nicht mehr passt. Da muss man sich komplett neu orientieren. Das ist halt irgendwie schon ein großes Problem, was, glaube ich, einfach sehr viel Druck ausübt auf die Menschen, die so in Familienkonstellationen zusammenleben. Auch was zum Beispiel Enge betrifft. Also wir können es irgendwie alle vorstellen, wenn irgendwie viele Menschen auf engem Raum miteinander leben. Das beeinflusst natürlich auch die Beziehung und auch die Care-Möglichkeiten tatsächlich. Und beeinflusst ja auch irgendwie die Gesundheit der Menschen in den Familien, wo auch wieder Menschen, die irgendwie von verschiedenen Diskriminierungen betroffen sind, natürlich stärker auch darunter leiden, weil sie in engeren Räumen leben. Und deswegen, ja, denke ich, dass die Frage, wie der Wohnraum gestaltet wird, ganz erheblichen Einfluss einfach darauf hat, wie Familien aussehen können überhaupt. Und genau, auch die Frage, also das, ich glaube, es gibt viele Leute, die sich auch fragen, können wir uns leisten, noch ein zweites Kind zu bekommen oder so. Genau, weil sie sich halt vielleicht in der Stadt, in der sie leben, keine größere Wohnung leisten können und dann irgendwie abwägen, ob das so gut ist, wenn man auf so engem Raum lebt. Allein das ist so ein Beispiel, was, glaube ich, ziemlich anschautig macht, wie stark das zusammenhängt. Und genau, natürlich auch Konzepte oder Lebensrealitäten von Familien, die nicht der Cis-Hetro-Kleinfamilien-Norm entsprechen, sondern irgendwie größere familiäre Zusammenhänge bedeuten, wo mehr Elternfamilien da sind, wo es irgendwie Co-Parenting gibt oder genau, irgendwie ein loserer, größerer Zusammenhalt auch da ist. Die finden natürlich auch vor allem in den Großstädten nicht so die Räume, in denen sie das auch wirklich leben können, weil das haben wir uns zum Beispiel auch beim Familia Futura-Festival immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich eine Familie? Und ich glaube, es hat viel mit alltäglichen Care-Routinen auch zu tun und mit Ritualen, die so die Grundbedürfnisse auch der Menschen ansprechen, also sowas wie Essen, gemeinsam kochen, zusammen Zeit miteinander verbringen, entspannen, sich gegenseitig besuchen können und problematisch. Und das ist halt sehr stark beeinflusst, je nachdem, wie die Häuser gebaut sind und die Städte geplant sind, in denen wir leben. Genau. Und auch, ja, öffentliche Räume würde ich da auch noch mitdenken und Außenflächen, also Gärten oder öffentliche Gärten haben, glaube ich, auch einen großen Einfluss darauf, wenn die irgendwie einladend und ansprechend und auch, ja, so gestaltet sind, dass irgendwie auch dort verschiedene Bedürfnisse Platz finden können. Danke, Bono. Du hast es jetzt schon mehrfach quasi erwähnt, dieser Bezug von, wie viele Menschen zusammenwohnen, die Familienkonstellationen sind direkt mit der Frage nach Care verbunden. Und damit würde ich nochmal Franzis fragen, wie ist das aus deiner Sicht? Wie beeinflusst Wohndaum die Aufteilung von Care-Arbeiten? Ja, genau. Ich würde vielleicht erst mal nochmal das Thema Klasse wieder mit reinbringen, weil für mich, genau, ist die Frage, wie kann man wohnen, einfach ganz maßgeblich mit Klasse verbunden. Also einkommensarme Menschen werden ja auch immer mehr aus den Innenstadträumen halt verdrängt. Und die Möglichkeit, an Fürsorgebeziehungen teilzunehmen, hängt ja ganz viel mit Infrastruktur zusammen, mit Zugang zu Menschen, die in der Nähe wohnen oder auch zu sozialen Räumen. Und aktuell finden ja ganz massiv Verdrängungsprozesse statt von einkommensärmeren Personen. Und deswegen ist es natürlich beispielsweise für eine queere Familie, die sehr gut verdient, durchaus möglich, einen Wohnraum zu finden, wo dann queere Care-Formen auch möglich sind. Aber ich habe beispielsweise in meiner Dissertation auch sehr viele sehr einkommensarme, Langzeiterwerbslose, trans und nicht binäre Personen interviewt, wo so unsicherer Wohnraum immer ein Hauptfaktor war, auch für einfach sehr viele Herausforderungen. Und deswegen denke ich, dass da vor allem der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum auch ein ganz wichtiger Care-Faktor ist, weil genau ansonsten Leute einfach massiv an den Rand gedrängt werden von Innenstädten oder einfach in schlechten Wohnraum ist es halt schwer, auch sonstige Sorgebedürfnisse zu befriedigen. Und es gibt ja auch immer mehr Menschen, die auch wohnungslos werden. Also überhaupt den Zugang zu einer guten Wohnung oder überhaupt zu einer Wohnung ist ja schon was Besonderes teilweise, weil immer mehr Menschen von unsicheren Wohnverhältnissen betroffen sind. Deswegen hoffe ich, dass in unserer Utopie es einfach nicht mehr an Einkommen hängt. Also dass Wohnraum anders vergeben wird, aber nicht über Einkommen, dass Wohnraum vielleicht kostenlos zur Verfügung steht und man dann sozusagen nicht mehr vom Vermögen und Einkommen abhängt, was für eine Form von Wohnraum man zur Verfügung hat. Weil halt eine schlechte Wohnqualität auch alle anderen Sachen mit verschlechtert. Also den Gesundheitszustand, überhaupt die Möglichkeit, sich an Sorge zu beteiligen. Genau. Und ansonsten würde ich dem auch zustimmen, dass es halt viel um auch Gemeinschaftsräume geht oder überhaupt einen Zugang zu bekommen zu Gemeinschaft. Und wenn man sozusagen sozial isoliert ist, schon durch die Wohnräume, dass es natürlich dann schwieriger ist, auch mit Menschen in Kontakt zu sein. Deswegen, wenn Wohnräume irgendwie Gemeinschaftsflächen auch haben oder es eine Infrastruktur in dem Wohnviertel gibt, ist es natürlich was total förderliches für unsere Sorgebeziehungen. Aber ich denke, der Faktor Klasse ist da ganz, ganz maßgeblich. Und damit gibst du mir, Franzis, wieder die Stichworte unsichere Wohnraum, unbezahlbares Wohnraum, die ich an Lina weitergeben konnte. Weil zwar der Volksentschied um die Vergesserschaftung und Enteignung in Berlin mit der Kampagne Deutsche Wohnung und Co. Enteignung hat große Welle geschlagen. Lina, kannst du kurz die Kampagne erklären und einordnen und vielleicht auch sagen, wie viel sie schon unseres Utopisches in die Realität umwandelt? Ja, genau. Das knüpft ja an dieses Thema an, dass Wohnraum einfach viel zu teuer ist und Leute sich das nicht mehr leisten können. Ich bin selber überhaupt nicht von der Kampagne. Ich hoffe aber, dass ich die halbwegs gut darstelle, weil ich finde sie super. Genau, die heißen Deutsche Wohnen und Co. enteignenden Leuten ist es auch immer ganz wichtig, dieses Und Co. zu betonen, weil es eben nicht nur um den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen geht, sondern auch um andere ähnliche. Achelius oder wie sie alle heißen. Und die Kampagne bezieht sich eben auf den Paragraf 15 im Grundgesetz. Das ist ein Enteignungsparagraf und der besagt, dass Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel enteignet werden können, wenn sie eben, ja, also wenn sie dem Gemeinwesen zur Verfügung gestellt werden sollen. Genau, es muss dann eine Entschädigung gezahlt werden. Also es ist nicht so, dass der Staat einfach irgendwelchen Unternehmen ihre Häuser wegnehmen kann. Aber ja, das hat diese Kampagne auch alles ganz gut ausgerechnet und begründet das eben damit, dass der Senat dafür verantwortlich ist, angemessenen Wohnraum zu stellen. Und angemessen ist hier definiert als nicht, also dass man nicht mehr als 30 Prozent des Einkommens für die Brutto-Warenmiete ausgibt. Und dass es natürlich auch keine Zwangsräumung gibt entsprechend und Entmietungen. Und diese Kampagne fordert eben, dass 243.000 Wohnungen enteignet werden sollen. Und das wird natürlich eine Stange Geld kosten. Die haben Entschädigungskosten von 28 bis 36 Milliarden Euro ausgerechnet. Und dazu kommen nochmal irgendwie 180 Millionen Erwerbsnebenkosten. Und diese Kampagne hat aber auch gesagt, wir wissen auch, wie man das finanzieren kann, und zwar über die Mieten. Also die haben einfach Finanzierungspläne aufgestellt, wo sie eben dargestellt haben, wie teuer die Mieten wären, wie lange man darüber die Kredite abbezahlen müsste, die der Senat dafür eben aufnehmen würde, um diesen Wohnraum zu enteignen oder um diese Entschädigung zu bezahlen. Genau. Das wird alles, wenn es klappt, noch eine ganze Weile dauern. Gerade sind sie eben dabei, Unterschriften zu sammeln, dass es eben eine Volksabstimmung darüber geben kann in Berlin. Sie brauchen irgendwie 175.000 oder so. Ich denke auch, dass das irgendwie klappt, weil sie sind sehr fleißig schon dabei. Aber ja, es wird sich natürlich zeigen, wie das dann alles weitergeht. Und ich denke, das wäre ein total wichtiger Schritt, wenn es da wirklich so ein Präzedenzfall für geben würde. Also sonst Enteignungen dieser Paragraphen wird eigentlich sonst eher für so Autobahnen oder so benutzt. Also, dass der für Wohnraum genutzt wurde, ist, glaube ich, noch nie passiert. Und das zeigt einfach nur, was das für eine soziale Dimension hat. Und ist, glaube ich, einfach ein total wichtiger Schritt dahin, dass Wohnraum oder Wohngrund und Boden allgemein keine Ware mehr sein sollte. Natürlich ist dann immer noch der Schritt, wie geht es weiter? Also das ist auch, da hat jetzt auch die Kampagne Deutsche Wohnenteignung noch nicht die finale Antwort darauf, wie das dann alles verwaltet werden soll, wer dann entscheidet, wer wo wohnt und wie das alles genau organisiert werden soll. Aber es soll erst mal in kommunaler Hand sein. Also es ist jetzt natürlich noch nicht die komplette Utopie fertig gesponnen, aber so kann das erst mal weitergehen. Ja, danke, Lina. Ich würde gleich noch Franzis fragen. Franzis, siehst du da bestimmte Parallelen zwischen dieser Vergesserschaftung auch nicht by care? Auch bei diesem Mietendeckel, wenn wir da so bildlich davon sprechen, ist das auch by care nicht ein Thema? Oder konnte es sein? Ja, es gibt ja den bezahlten Bereich von Care, der jetzt, glaube ich, noch nicht so viel heute Thema war. Also soziale Arbeit, Pflege, Erziehung, wo ja das Hauptthema ist, dass der Bereich sehr schlecht bezahlt ist, sehr stark die MitarbeiterInnen, SozialarbeiterInnen, PflegerInnen mit Überlastung zu kämpfen haben, mit schlechten Arbeitsbedingungen. Da wäre es natürlich gut, auch gesamtgesellschaftlich mehr Druck zu machen, dass diese Bereiche einfach besser bezahlt werden. Und in dem Bereich von unbezahlter Pfleger, unbezahlter Care-Arbeit, also zum Beispiel Reproduktionsarbeit, Hausarbeit, unbezahlte Kinderbetreuung, da kann ich mir gut vorstellen, dass man auch über so eine Art Care-Deckel nachdenkt. Also ich hatte ein bisschen überlegt, wie das aussehen kann. Was ich jetzt aus meiner Forschung auch mitgenommen habe, ist einfach eine stärkere Reflexion, wie viel Care-Arbeit leiste ich eigentlich und bin ich schon an der Belastungsgrenze, weil aktuell ist Care sehr ungleich verteilt. Also wird ja vor allem von Frauen, Intertrans-Personen, Queeren-Personen geleistet und von cis-männlichen Personen eher weniger. Und da zum Beispiel sich wirklich ein Limit zu setzen an unbezahlter Care-Arbeit, die man bereit ist zu leisten und der Rest muss umverteilt werden. Oder in kollektiven Zusammenhängen wirklich, dass alle Menschen aufschreiben, so ein Konto für sich etablieren oder irgendwie mehr reflektieren, wie viel Care-Arbeit leisten sie eigentlich für das kollektiv und das dann gemeinsam zu besprechen und das dann wirklich umzuverteilen. Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich, löst noch nicht so ganz den Bereich der bezahlten Care-Arbeit, weil es da natürlich auch professionelle Fachkräfte gibt, die das machen und das nicht so einfach ist. Also es kann jetzt nicht jede Person einfach soziale Arbeit machen. Da ist schon gut, auch eine professionelle Ausbildung zu haben und ja auch in der Pflege. Das sind ja nicht Sachen, die einfach alle Menschen jetzt plötzlich mal übernehmen können, sondern da sollten Fachkräfte besser entlohnt werden. Aber so im privaten Care-Bereich finde ich ganz spannend zu überlegen, wie kann da Enteignung oder Vergemeinschaftung stattfinden. Und da freue ich mich auf Kollektive, die das gemeinsam ausprobieren. Ich glaube, da kommen jetzt auch einige Fragen im Chat. Und da guckt schon die Charlotte auf. Ich habe zwei Fragen, die ich einfach schon mal so reingeben würde. Einmal gab es die Frage nochmal ganz konkreter Differences. Was heißt Quere Wege konkret und was unterscheidet wird? Inwiefern unterscheidet sich diese von heute? Und dann nochmal, so vielleicht auch eher alle oder wie auch immer, ob ihr Ideen dazu habt, nochmal gar, da kam sozusagen auch sozusagen, dass Familie immer so ziemlich negativ oder sozusagen mega stark mit so einer Heteronormalität, mit einer Kleinfamilie, also irgendwie ein bisschen Hetero-Ehe nach einem Wunschkonzept irgendwie gestaltet oder diese Bilder aufkommen und auch sozusagen ob ihr andere Wörter oder sowas kennt. Es gab auch schon eine Redaktion im Chat, aber vielleicht habt ihr ja auch noch oder Mono, vielleicht du ja auch in Bezug auf Familia Futura da irgendwie, ja auch irgendwie schon Diskussionen, Debatten oder so. Genau. Ja, Franzis, magst du vielleicht gleich die erste Frage mit reinnehmen? Genau, also zum einen oft sind Pflegekonzepte halt sehr stark von Heteronormativität durchzogen, also dass zum Beispiel angenommen wird, es gibt nur zwei Geschlechter und auch ganz klare Annahmen davon, wie Körper auch auszusehen haben und Pflege ist ja auch was sehr Körperliches und da kommt es dann oft zu transfeindlichen Kommentaren und es gibt wenige Pflegeeinrichtungen, wo wirklich so eine Idee vorherrscht, dass es ganz viele unterschiedliche Körper gibt und Geschlecht auch nicht von außen zum Beispiel sichtbar ist und da gibt es jetzt neue Entwicklungen, also sowohl queere Altersheime oder queere Pflegestationen. Aktuell ist es leider so, dass es sehr auch an Einkommen gebunden ist, also für wohlhabende, trans, queere, Interpersonen ist es durchaus möglich, da schon sehr sensible Pflegeeinrichtungen auch mit denen Kontakt zu haben, aber für einkommensarme queere Person ist es problematisch und deswegen, genau, ist es da einfach wichtig, wegzukommen von so ganz klaren Vorstellungen von wie sehen Körper aus und ich denke, da wird sich aber jetzt auch viel ändern, dadurch, dass jetzt nochmal eine neue Generation auch von Queers älter wird und da bestimmt auch nochmal einiges aufwirbeln wird. Genau und ich habe ja persönlich zu trans und nicht-binärer Sorgearbeit geforscht und da geht es auch viel um eine gegenseitige Unterstützung bei Diskriminierungserfahrungen oder einer Transitionsbegleitung im Freundinnenkreis oder Aktivistinnenkreis. Also auch nochmal Sorgearbeit, die über körperliche Pflege oder so hinausgeht und auch, wo es auch darum geht, gemeinsam zum Beispiel Gewalterfahrungen zu verarbeiten. Genau, aber vielleicht jetzt in der Kürze kann ich auch gerne nachher noch ein Interview zu teilen, wo ich das ein bisschen länger ausgeführt habe. Sehr gerne, ich weiß nicht, ob du das im Chat posten konntest, dieses Interview oder? Ja, kann ich gleich in der Pause kurz suchen. Ja, danke. Moro oder Lina, habt eine von euch oder vielleicht auch beide Lust auf diese Familie und diese Attribute negativ und heteronormativ einzugehen? Ja, ich würde gerne was zu sagen. Also ich kenne das auf jeden Fall auch, dieses Gefühl von Familie, das klingt irgendwie so muffig und festgefahren traditionell und das hat ja auch, glaube ich, viele Gründe, warum das so assoziiert ist. Genau, also ich kann so ein bisschen erzählen, was so die verschiedenen Jahre, was wir irgendwie auch als Festival immer wieder festgestellt haben, dass es eine große Diskrepanz gibt von der tatsächlichen Familienrealität, also wie Familien wirklich sind heutzutage und wie es in den Gesetzen steht oder von der Politik sozusagen gedacht ist oder antizipiert wird. Genau, zum Beispiel irgendwie, was das Sorgerecht betrifft, was Rechten und Pflichte von Ehepaaren betrifft oder was das Abstammungsrecht, Personenstandsgesetz und so weiter betrifft. Da manifestiert sich halt dieses muffige alte Bild der Hetero-Kleinfamilie. Und genau, also wir als Festival haben irgendwie immer wieder festgestellt, dass eigentlich irgendwie der Weg zu wirklicher Vielfalt in der Zukunft wäre, wo wirklich alle Leute auch sich so ihre Konstellation wählen können, in denen sie sich wohlfühlen, dass halt diese Rechtsgrundlage angepasst werden müsste, dass nämlich auch mehr Elternfamilien sein können, dass es auch Ein-Eltern-Familien gibt, dass es, es gibt auch familiäre Kontexte, wo keine Kinder gezeugt werden oder Kinder sind, um die sich gekümmert wird oder zu denen irgendwie Care-Beziehungen entstehen, sondern wo es halt irgendwie eine Wahlfamilie ist, die füreinander in so Care-Kollektiva-Struktur sozusagen füreinander sorgen, was Francis auch gerade gesagt hat, irgendwie gerade im queeren Kontexten gibt es, glaube ich, viel, aber auch in anderen Gruppen, genau. Oder zum Beispiel Menschen mit Behinderung, die Familien gründen wollen, die auch nochmal eine ganz andere, also die auch irgendwie Bedarfe haben an Unterstützung im Alltag, weil sie wegen ihrer Behinderung vielleicht bestimmte Dinge so als Elternteil nicht machen können oder so und wo auch neue Konstellationen entstehen tatsächlich, wo einfach auch noch mehr Leute zu der Familie dazugehören oft und was ganz oft einfach nicht mitgedacht wird, weil bei dem Begriff Familie ploppt dann, glaube ich, so dieses Bild aus, auch von Vater, Mutter, Kind oder Kind, Kind, Kinder und diese Kinder sind auch so gezeugt worden, dass dieser Vater und diese Mutter zusammen dieses Kind aus ihren Körpern gezeugt haben und das entspricht einfach auch jetzt schon nicht der Realität, also Familien sehen total unterschiedlich aus und genau, deswegen fände ich es auch spannend zu überlegen, welchen Begriff könnte man in der Zukunft benutzen, ich denke gerade an so Care-Kollektiv, das könnte für mich irgendwie so ein equivalent sein, wo halt auch ein transparenter Umgang mit Care-Arbeit, auch unbezahlter Care-Arbeit dann erstmal wahrscheinlich viel passiert und genau, weil so nehme ich selber persönlich auch wahr, dass Familienalltag vor allem die Koordination von Care-Arbeit ist und genau, deswegen könnte man das auch so übersetzen in Care-Kollektiv, das wäre jetzt so mein Vorschlag. Ich habe da auch schon mindestens einen Applaus, ich sehe nicht gleichzeitig alle, aber mindestens einen Applaus habe ich da auch schon gesehen zu dem, wenn ich das richtig einschätze, Care-Kollektiv. Ich weiß nicht, Lina, möchtest du noch auf diese Fragen eingehen? Dann würde ich, glaube ich, noch eine Frage stellen, bevor wir in die Kleingartenphase gehen, und zwar schon ab dem Kongress und in dem Buch ging es viel auch um globale Gerechtigkeit. Die Frage an euch alle drei, wer Lust hätte zu antworten, habt ihr Gedanken dazu zur globalen Dimension von Wohn- und Care-Familienvielfalt? Kann euch vielleicht gerne, ja, Lina? Ich kann einfach mal anfangen, und zwar mit Wohnen, also ich würde jetzt einfach mit dem Offensichtlichsten anfangen, und zwar den Auswirkungen, die der Bausektor aufs Klima hat, weil was, also wie gerade gebaut wird und mit was gebaut wird, ist eigentlich eine ziemliche Katastrophe. Also hauptsächlich so Stahlwirtungen, Klötze und oder Eigen, also kleine Eigenheime, die einen riesigen Flächenverbrauch haben für super wenig Leute, die schlecht isoliert sind und irgendwie nach außen heizen. Und spekulativer Leerstand, also ich bin in Leipzig, vielleicht ja auch noch einige andere, das ist ja hier gerade auch ein riesiges Thema. Es steht total viel leer, es werden Wohnungen oder teilweise ganze Stadtviertel gebaut, wo überhaupt nicht klar ist, wer da einzeln ziehen soll. Und das ist ein Thema, was nicht nur doof ist für die Leute, die dann irgendwie dafür bezahlen müssen, also jetzt so konkret und finanziell, also mit Geld, sondern eben auch die, die dann unter dem Klimawandel leiden, der das, also der dadurch mitverantwortet wird. Also man sagt, dass der Bausektor weltweit für ein Viertel der CO2-Emissionen verantwortlich ist. Das ist eine ganze Menge und ich glaube, da muss ganz viel passieren, dass, ja, man sich überhaupt fragt, was muss gebaut werden und wieso. Und eben da auch auf andere Rohstoffe setzt. Genau, also weil gerade so Zement und Beton und so, es ist nicht gut. Danke, Nina, für einen spannenden Aspekt. Auch Schütteln, das zu hören. Ich wusste das zum Beispiel nicht mit dem 1,4 CO2 weltweit. Mona, Franzis, habt ihr auch noch aus euren Themenbereichen was dazu? Ich kann gern was ergänzen oder vielleicht eher noch mal einen neuen Punkt aufmachen. Also gerade im Bereich Care ist es ja so, dass gerade Familien aus der Mittelklasse ganz stark ihre Care-Arbeit auslagern an ärmere Frauen. Also vor allem ärmere Frauen, auch viele aus dem globalen Süden oder mit Rassismus-Erfahrungen. Und das ist ja auch, also zunehmend werden ja auch PflegerInnen zum Beispiel angeworben aus dem Ausland, gerade weil es so große Lohnunterschiede gibt. Und viele Menschen aus der Mittelklasse, gerade dann in heterosexuellen Partnerinschaften, ihre Sorgekonflikte oder die ungleiche Verteilung von Sorgearbeit in ihrer Beziehung einfach lösen durch ein Abgeben an ärmere Frauen, die oft auch irgendwie nach Deutschland migrieren oder hier von Rassismus betroffen sind. Und deswegen lässt sich das gar nicht so voneinander trennen. Und genau, würde man Care-Arbeit gerechter verteilen, dann würde auf jeden Fall, müssten da auch SorgearbeiterInnen fairer bezahlt werden. Mord, möchtest du auch noch auf die Frage eingehen? Das ist nicht so ganz mein Fachgebiet, also die ganzen globalen Zusammenhänge zu sehen, aber ein Punkt, den ich mir auch vorher noch notiert hatte, ja, da geht es halt irgendwie auch um viele Flucht- und Migrationsbewegungen, was ja irgendwie tagtäglich einfach offensichtlich ist, dass es sehr große Gefälle gibt, was irgendwie Unversehrtheit und Selbstbestimmung der Menschen in ihren Beziehungen betrifft. Und das wäre auf jeden Fall für mich auch so ein Punkt, der so oft so unsichtbar ist, weil unsere Gesellschaft, glaube ich, sehr ausgrenzend strukturiert ist. Und ja, also das Recht sozusagen, die Familie so zu wählen und die Beziehung so zu leben, wie wir sie wollen. Und auch nicht nur Menschen, die irgendwie aus Deutschland kommen, sondern irgendwie Leute, die, also alle Menschen, die irgendwie da vor Ort sind, sind, dass die halt genau das gleiche Recht bekommen sollten. Da denke ich zum Beispiel an Familiennachzug, was halt irgendwie so eine krasse strukturelle Diskriminierung ist von Menschen, die irgendwie Schutz suchen und genau fliehen aus Verhältnissen, wo sie einfach nicht mehr überleben können oft. Und ja, es ist einfach sehr krass, dass es so schwer gemacht wird für Menschen, die irgendwie schon viel hinter sich hatten. Und genau, das fällt mir gerade ein in Bezug auf Familienvielfalt, Strukturen und so globale Zusammenhänge. Gut, danke euch. Ich würde sagen, wir haben bis jetzt sehr viel Input gehört und es wäre Zeit, sich in kleinen Gruppen auszutauschen. Charlotte wird jetzt so kleinen Gruppen in Play-Guide-Rollern schicken. Genau, ich habe dir schon sozusagen eingehendet, ihr werdet einfach jetzt ein bisschen willkürlich zusammengeworfen. Da sind so drei bis vier Menschen drin, wo ihr so fünf bis sieben Minuten ungefähr, also ein bisschen, wir schreiben euch ja nochmal, wenn die Zeit zu Ende ist, einfach Zeit habt, euch über das Gesagte auszutauschen, eventuell untereinander Fragen zu klären. Wann kommt ihr zurück, habt nochmal Chance im Chat, eventuell auch Fragen nochmal reinzuschreiben, dann können wir das beantworten und dann gibt es aber auch nochmal einen vorbereiteten Frageblock zu, wie kommen wir eigentlich dahin zu der Utopie? Genau, ich schicke euch los und ich hoffe, das klappt und kommt auch dann bitte wieder. So, willkommen zurück, ich glaube, wir sind jetzt alle wieder da und jetzt wäre der Moment, wenn ihr die Fragen im Chat stellen konntet. Und ich würde dann so zwei, oder vielleicht haben auch unsere Referentinnen selber Lust, was auszuwählen, was wir jetzt noch beantworten konnten. Also gerne in den Chat an alle eine Nachricht schicken. Vielen Dank. Ich warte noch ganz kurz, ob was kommt und was nichts kommen sollte, dann würden wir einfach mit unserem nächsten Frageblock weitermachen. Die Frage, die zuerst jetzt kommt, ist quasi schon eine Frage zur Transformation. Und zwar, wir haben über Pflegeeinrichtungen aus kollektiver Care-Arbeit gesprochen. Wie kann man hier ansetzen und transformieren? Hätte das eher so an Pflanzes geschätzt? Vielleicht hat Pflanzes Lust, das zu beantworten, aber vielleicht auch die anderen? Ja, ich glaube aber, hier wurden jetzt zwei Sachen zusammengeworfen oder ich weiß nicht, ob ich die Frage so hundertprozentig verstehe. Also ich finde es immer noch wichtig, eine Trennung zu machen zwischen bezahlter Care-Arbeit und unbezahlter Care-Arbeit und auch anzuerkennen, dass zum Beispiel soziale Arbeit, Pflege, auch professionelle Berufe sind, die halt auch eine ziemlich lange Ausbildung brauchen und die gesamtgesellschaftlich aber ja auch nicht anerkannt sind. Also da wird ja auch immer so gesagt, das können irgendwie alle oder soziale Arbeit wird nicht so ernst genommen, auch als Profession. Und deswegen, genau, ist es in Pflegeeinrichtungen ja schon so, dass es da so eine klare Trennung gibt zwischen Sorgenden und Menschen, die Sorge in Anspruch nehmen und das auch über, also ganz klar auch geregelt ist und auch entlohnt wird und das finde ich auch wichtig anzuerkennen. Genau, und kollektive Care-Arbeit, obwohl es ja auch coole Modelle gibt, also es gibt ja zum Beispiel auch Pflegekollektive, die versuchen, Pflege auch nochmal anders zu organisieren, zum Beispiel einfach die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Arbeitszeit zu verkürzen und auch professionelle Pflege halt ja die Bedingungen auch zu verbessern über kollektive, also über kollektivere Strukturen. Und genau, kollektive Sorgearbeit ist für mich eher sozusagen im Freundinkreis, in aktivistischen Kreisen oder zu versuchen, ja, sich füreinander zu, also füreinander Sorge zu leisten. Und da natürlich passieren auch viele Aushandlungen, wer, wo sind die eigenen Grenzen, wo fängt Überlastung an und auch, genau, auch die Frage von wann ist es Arbeit, wann wird es als Arbeit empfunden, wann wird es als ausgeglichenes Verhältnis empfunden und wann vielleicht auch als Ausbeutung, also viele von diesen Fragen spielen da auch rein. Aber ich glaube nicht, dass jetzt alle Pflegearbeit zum Beispiel komplett die ganze Zeit gewechselt werden kann oder dass jetzt den Monat übernimmt die Person die Pflegearbeit und den Monat die andere Person, weil das schon auch Sachen sind, die man auch sehr lange lernt. Und dann würde man auch wieder Care-Arbeiterinnen und deren Fähigkeiten auch wieder abwerten. Deswegen ist es immer so ein bisschen ein tricky Thema. Habe ich auch noch eine Frage im Chat gelesen, die da auch so ein bisschen reinspielt mit Ökonomie. Wie ist es nicht neoliberal von einem Care-Konto zu sprechen? Und ich glaube, das sind so ganz spannende Fragen, weil das so ein bisschen reingeht in diese Frage, ist Sorgearbeit Liebe oder Arbeit? Und was macht es auch mit Ausbeutung, Sorge als Liebe zu verstehen? Und wie kann dann für gerechte Bezahlung und Anerkennung von Sorgearbeit gekämpft werden? Also es sind ja so ganz grundlegende Themen auch von feministischen Bewegungen und feministischer Theorien. Also fand ich ganz spannend, aber gibt es jetzt keine einfache, schnelle Antwort? Ich finde das, wenn Morlo nördert sich schon. Morlo, möchtest du eine Frage beantworten? Ja, ich würde gerne auf die Frage, was sollte eine Gesellschaft tun, um Care in Familien oder Kollektiven zu unterstützen, antworten. Mir fallen da zwei Sachen ein. Einmal das, was ich vorhin schon gesagt habe, überhaupt die auch rechtliche Grundlage für familiäre Care-Strukturen sozusagen zu ändern. Das heißt, dass es einfach überhaupt kollektive Strukturen geben kann, weil oft sind es ja zwei Leute oder eine Person, die die Care-Arbeit macht und keine Gruppe. Also ich glaube, das ist irgendwie ein Ansatz, der passieren müsste. Und dann würde ich, ja, ich habe so das Gefühl, es ist ja auch so eine Frage der Werte in der Gesellschaft, also dass es sozusagen auch einen hohen Wert hat, Care-Arbeit zu leisten, also dass es auch irgendwie Teil der Gesellschaft ist und dass es anerkannt wird, dass es irgendwie wertvoll ist für eine Gesellschaft, wenn Menschen füreinander sorgen. Und dass das zum Beispiel viel mehr in der Bildung, also in Schulen, in Kindergärten Thema sein müsste. Und dazu gehört zum Beispiel auch irgendwie überhaupt, weiß nicht, dass es zum Beispiel als Unterrichtsfach Care geben könnte und mit den ganzen Facetten, die dazugehören. Also dass auch junge Menschen schon lernen, dass sie irgendwie Verantwortung übernehmen können für andere, für sich selber, für ihre eigenen Bedürfnisse, Gefühle kommunizieren, Grenzen wahrnehmen, was Francis auch gesagt hat, auch Unterschiede wahrnehmen. Und wann ist es eine Ausbeutung, wann mache ich das auch voll gerne, weil das mich auch stärkt und weil ich mich freuen kann, wenn ich Leuten helfen kann. Und wann ist es ein Geben und Nehmen und wann reproduziere ich einfach nur eine Rolle, die mir irgendwie aufgrund meines Geschlechts zum Beispiel zugeschrieben wird und von mir erwartet wird. Und wann mache ich es auch wirklich selbstbestimmt. Und ich glaube, das fehlt einfach in unserer Gesellschaft, dass das als wertvoll gesehen wird und auch Teil der Bildung ist. Ich glaube, die jungen Menschen bei uns in der Gesellschaft haben einfach sehr unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen, was eine Selbstbestimmung in der Care-Arbeit und auch eine Fähigkeit, irgendwie Care zu reflektieren und zu kollektivieren vielleicht auch betrifft, je nachdem, in welchem Elternhaus Menschen aufwachsen oder mit wem sie was zu tun haben. Und das würde ich mir wünschen, dass es irgendwie Teil des Bildungssystems wird und genau, dass es halt genauso wichtig ist wie viele andere Dinge im Leben, das zu lernen. Genau, es gibt auf jeden Fall jetzt recht viele Fragen. Wir können leider auch nicht alle beantworten. Das gab jetzt nochmal so zweifach auch nochmal die Frage an ganz konkreten Positivbeispielen, sowohl durch den Städten, wo selber Einwohnerinnen mitentscheiden können oder Frage nach, wo z.B. Wohnen und Care schon alternativ gedacht habt. Oder bekennt ihr konkrete Alternativen, die auch schon im Hier und Jetzt gelebt werden? Na, also ich glaube, man kann das jetzt nicht, es gibt jetzt nicht die eine Stadt, in der alles super läuft, aber es gibt eine Vielzahl von Projekten in ganz vielen Orten, die eben neue Wege ausprobieren und sich zusammentun und auch Stadt gestalten und Flächen sich aneignen, sie besetzen, sich in Erdbericht oder übernehmen oder kaufen und da sie irgendwie die öffentlich gestalten, sei es als Gärten oder als Wohnprojekte oder wie auch immer. Also da gibt es eine Vielzahl. Und jetzt ging es noch um so Umstrukturierung von Wohnraum. Das ist, würde ich sagen, gerade so in der Architektur ein Thema, also so ein Thema, was im Kommen ist, dass man eben flexible Wände schafft, die Wohnraum eben kleiner oder größer machen können, je nachdem, ob man sie, ja, wie man den gerade braucht. Mir fällt ja nur so ein Studi-Wohnprojekt, auch aus dem Mietersyndikat, ein in Heidelberg. Die haben auch so Zimmer, die entweder sieben oder vierzehn Quadratmeter groß sind und dann je nachdem mehr oder weniger Gemeinschaftsfläche und Privatfläche ist, genau, indem sie einfach Wände versetzen. Und das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Ich hoffe, das hat jetzt so grob die Fragen beantwortet. Das eine war natürlich jetzt sehr schwammig mit, es gibt ganz viele Projekte, aber ich kann die jetzt nicht alle aufzählen. Danke. Ich glaube auch, es gibt bestimmt noch mehr Fragen im Chat. Wir können leider auch aus zeitlichen Gründen nicht auf alle eingehen, aber ich hoffe, dass wir mindestens manche von denen jetzt beantwortet haben. Und ich würde sehr gerne noch meine letzten Fragen an euch alle drei stellen, und zwar schon mit diesen Hinsichten, wie kommen wir da hin. Franzis, viele Modelle oder Praktiken sind ja Orte der Selbstermächtigung, wie wir schon heute gesprochen haben, um in unserer jetzigen Gesellschaft, die von Macht hierhin durchgezogen sind, sei es schon Rassismus, den du erwähnt hast, oder auch Rassismus, der Normativität und vieles mehr, um da überhaupt zu überleben. Können gesellschaftliche Veränderungen als Ergebnis von veränderten unseren intimen Praxen gesehen werden? Oder anders gesagt, wie können wir Utopien mehrheitsfähig machen? Ja, das ist immer eine spannende Frage. Also ich denke, wir haben ja gerade an sich ganz gute Ausgangsbedingungen, weil ja jetzt das Thema Care auch noch mal viel mehr gesamtgesellschaftlich diskutiert wird und auch viele Sorgeberufe zum Beispiel gerade ja als systemrelevant auch bezeichnet werden. Und das ist aber immer eine große Frage, natürlich zum Beispiel queere Care-Praktiken, Sorgepraktiken, was haben die überhaupt für eine gesamtgesellschaftliche Relevanz oder was kann man da vielleicht auch mitnehmen? Und ich finde ganz wichtig, jetzt ist ja auch wieder, also zum einen der Punkt, oft wird ja noch gesagt, Care-Arbeit sei feminisiert. Also Care-Arbeit wird automatisch mit Frauen oder als weibliche Arbeit beschrieben und da finde ich es total wichtig, einen komplexeren Blick drauf zu werfen, dass es gar nicht mehr so einfach ist. Also zum einen gibt es auch ganz andere Konstellationen, wo Menschen unterschiedlicher Geschlechter, zum Beispiel gibt es super viel Sorgearbeit, die auch von Transpersonen für Transpersonen geleistet wird. Oder es gibt auch zunehmend werden zum Beispiel cis-männliche, also cis-Männer aus der Arbeiterinnenklasse, die von Rassismus betroffen sind, in den Pflegesektor auch reingeholt. Und Sorgearbeit ist, also man kann nicht mehr so einfach sagen, ach, Sorgearbeit wird von Frauen geleistet, sondern es ist viel komplexer. Man muss dieses Thema Klassismus mit reindenken, Rassismus, geschlechtliche Vielfalt. Und da würde ich mir wirklich gerade auch von Feministinnen wünschen, wegzukommen von dieser ganz einfachen These, Care ist irgendwie feminisiert oder Frauenarbeit. Und da wirklich genauer hinzuschauen, auch zu schauen, die Unterschiede zwischen, ja, zum Beispiel Frauen aus der Arbeiterinnenklasse oder aus der Mittelklasse. Und da, denke ich, kann man viel mitnehmen von queeren Care-Räumen, dass einfach viele Annahmen über Sorgearbeit, dass die da sehr stark hinterfragt werden. Also zum Beispiel auch diese Frage von Ökonomie. Also in meiner Forschung wurde schon sehr viel ausgehandelt über, wo sind die eigenen Grenzen und auch viel mit ökonomischen Begriffen gearbeitet. Also dass es viel darum geht, ja, wie viel Löffel zum Beispiel hat man noch, also wie viel Energie hat man an dem Tag noch überhaupt Sorgearbeit zu leisten. Und halt aktuell wird ja Sorgearbeit oft noch so als Liebesverhältnis gesehen und Ökonomie wird auch verschleiert da drin. Und ich denke, es ist eigentlich eher, es ist eher, also da könnte man sich viel abschauen, auch von queeren Sorge-Kollektiven, einfach sehr, ja, sehr ehrlich und nochmal neugierig draufzuschauen, was passiert da eigentlich. Und von so ganz gängigen Thesen, die jetzt seit Jahrzehnten wiederholt wurden, da mal ein bisschen wegzukommen von. Und sich zum Beispiel das Verhältnis von Geschlecht und Sorge nochmal viel genauer anzuschauen. Das ist ein bisschen mein Appell. Danke, ich würde das Wort noch weiter an Lina geben. Und zwar, Lina, du wurdest schon gefragt nach diesen positiven Visionen und Beispielen. Hast du vielleicht noch Gedanken dazu, was es noch sonst braucht, um zu unserer Utopie 2048 näher zu kommen? Ja, also ich glaube, diese, klar sind diese ganzen Projekte wichtig, weil sie erstmal überhaupt das aufmachen, dass es auch anders gehen kann, als wir es vielleicht gewohnt sind. Aber ich glaube auch, dass wir ganz konkrete Pläne brauchen. Also dass wir, wir haben jetzt sehr viel Zeit damit verbracht, die Missstände aufzuzeigen und zu zeigen, okay, so geht es irgendwie nicht. Also gerade in diesem Bereich Wohnen, das ist, ich würde sagen, nicht die linke Szene, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigt, sondern das ist ein gesamtgesellschaftlich anerkanntes soziales Problem. Aber es gibt eben auch noch nicht einen richtigen Plan. Also es gibt noch nicht den Plan, wie, also was passiert nach der Enteignung? Wie machen wir dann weiter? Wie organisieren wir den Wohnraum? Wer kümmert sich dann darum, wenn die Heizung nicht funktioniert? Wer kann, wohnt wie miteinander? Und vor allen Dingen auch die Frage nach der Verteilung ist, finde ich, super schwierig zu beantworten, weil, ne, also klar gibt es irgendwie die große Altbauwohnung in Prenzlauer Berg und dann irgendwie doch eine kleinere in irgendeiner Platte weiter draußen oder so. Und die sind unterschiedlich begehrt, wahrscheinlich. Und wie gehen wir damit um? Also wir haben da letztes Jahr auch in der Vorbereitung für diesen Kongress zusammengesessen und hatten dann auch irgendwann angefangen, uns so Punktesysteme auszudenken, nachdem man da irgendwie die Bedürfnisse katalogisiert und dann doch irgendwelche Losverfahren und so. Und da sind wir nicht fertig mit. Und ich glaube, gerade diese Prozesse, die müssen wir weitermachen, um wirklich uns zu überlegen, wie kann das funktionieren? Und ich glaube, deswegen funktioniert auch diese Kampagne von Deutsche Wohnen enteignen so gut, weil die eben genau einen Plan haben. Also die haben gesagt, hier, lieber Senat, das ist teuer, das kostet 30 Milliarden Euro, aber wir haben auch einen Weg, wie ihr das finanzieren könnt. Hier könnt ihr die Kredite herkriegen und so zahlen wir die ab. Und ich glaube, genau so kann das auch funktionieren und kann das auch mit ganz vielen anderen Bereichen funktionieren. Also auch wenn man aus den Wohnungen rausguckt und sich den Rest der Stadt anschaut, müssen wir uns ja auch unbedingt neue Wege der Mobilität überlegen. Also wie können wir eine gute Mobilität für alle gewährleisten, egal ob sie eben zu Fuß unterwegs sind mit Rolli oder Kinderwagen oder sonst wie, aber vielleicht nicht unbedingt alle mit Auto, weil das halt einfach unsere Welt kaputt macht. Ja, also ich glaube, das ist das, was ich so ein bisschen daraus ziehe. Ja, konkret werden, um es so unkonkret zu halten. Mono, was wären denn deine konkrete nächste Schritte? Hast du eine Vorstellung oder was würdest du uns noch auf dem Weg in das Jahr 2048 mitgeben? Also ich würde mir wünschen, dass auf politischer Ebene Gesetzesgrundlagen verändert werden würden, die, wenn es gewünscht ist, eine Trennung der verschiedenen Beziehungsebenen möglich machen. Das würde ich jetzt gerne nochmal kurz erklären. Also dass zum Beispiel, wie es ja bis heute eigentlich gerade so ist, dass das Konzept der Ehe zum Beispiel, dass es irgendwie verschiedene Beziehungsebenen miteinander vereint, dass es irgendwie eine romantische Ebene gibt, dass es eine ökonomische Ebene gibt, dass es eine Care-Ebene und eine reproduktive Ebene gibt, dass dort Kinder entstehen in dieser Ehe. Und genau, dass es politische Veränderungen gibt, das aufzufächern, weil ich glaube, dass das vielleicht früher mal auch gar nicht so unprogressiv gedacht war, als das Konzept der Ehe irgendwie ins Leben gerufen wurde. Aber ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich sehe einfach viele Probleme in diesem Konzept. Genau, und damit möchte ich nicht sagen, es darf keine Hetero-Cis-Paare mehr geben, die verliebt sind, heiraten möchten und Kinder zeugen wollen und in einer kleinen Familie leben wollen. Das soll weiterhin genauso möglich sein, aber dass halt diese verschiedenen Ebenen dort eben zusammenfallen. und dass es aber auch die Möglichkeit geben soll, zu sagen, ich bin romantisch verbunden mit einer Person, habe aber mit zwei anderen Menschen Kinder, mit denen ich lebe. Und ich kann mit diesen zwei anderen Menschen einen Vertrag abschließen, der das Sorgerecht regelt, der Umgangsrecht regelt mit dem Kind. Und ich kann vielleicht, wenn ich so die Kapazitäten habe, in so vielen Ebenen mich mit so vielen Leuten zu koordinieren, kann ich vielleicht auch noch ökonomisch mit anderen Leuten auch einen Vertrag abschließen und sagen, ich wirtschafte zusammen mit einem Kollektiv von 20 Leuten, wir legen unser Geld zusammen. Und genau, dass sowas mehr möglich ist, weil momentan ist es so, dass es alles immer auf diese Eheschließung im Prinzip hinausläuft. Und Ehepartner, Partnerin sind steuerlich, werden die bevorzugt. Es ist einfach sehr diskriminierend, wenn Leute nicht das anstreben. Also genau, wenn sie nicht sagen, sie sind verliebt, was ist mit aromantischen Menschen, die irgendwie sagen, sie verlieben sich nicht, sie möchten keine Liebesbeziehung führen. Die werden einfach ausgeschlossen von so einem gemeinschaftlichen Care-Kontext oder einem ökonomischen gemeinsamen Wirtschaften. Und das wäre jetzt so ein Vorschlag, den ich hätte, dass es so verschiedene Ebenen sind, die auch separat tatsächlich geregelt werden sollten. Und zum Beispiel, dass das Kindergeld, das ist jetzt noch eine ganz konkrete politische Forderung, aber dass das Kindergeld erhöht wird, dass es auch nicht abgezogen werden kann vom Hartz IV zum Beispiel. Also dass wirklich alle Kinder das gleiche Kindergeld bekommen, dass es auch nicht irgendwie 200 Euro sind, sondern zum Beispiel 1.000 Euro, damit irgendwie ein Kind davon irgendwie ein Zimmer haben kann, was essen kann, Hobbys nachgehen kann. Und dass wirklich alle Kinder dieses Geld auch ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Und was, glaube ich, einfach auch dazu führt, dass familiäre Strukturen vielleicht weniger auf toxischen Beziehungen basieren können in der Zukunft. Dass Menschen sich auch entscheiden können, die Familie zu verändern, wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert oder so. Genau, das wären so meine Visionen und Forderungen, um mehr Selbstbestimmung in vielen Bereichen irgendwie zu ermöglichen. Nochmal vielen Dank für eure spannende Visionen. Und kommen wir zum letzten Teil. Und zwar bei Charlotte kommt gleich unser Koffer der Zukunft. Und zwar, das ist ein Format, das wir schon bei dem Kongress benutzt haben. Da liegen auch schon einige Sachen drin. Zum Beispiel ist da der Schlüssel von Latasha Amkiri, die hat den da reingelegt zu ihrer Befreiung. Der Yabinishik hat dann Kleidebügel gelegt. Das sollte als Musungsstück darliegen. Und das war als Symbol des Widerstands gegen die Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrücken. Genau, in diesem Koffer nehmen wir dann mit in das Jahr 2048. Und damit würde ich euch gerne noch die letzte Frage stellen. Und zwar, würdet ihr euch gerne was einpacken in diesem Koffer? Franzis, möchtest du vielleicht anfangen? Ich würde einfach ein bisschen Geld reinpacken, weil ich glaube, dass die nächsten wichtigen Schritte eigentlich sind, dass wir wirklich Umverteilung starten, also dass Erbschaften umverteilt werden, dass Menschen wirklich auch aus linken Bewegungen, kritischen Bewegungen, die gut verdienen, wirklich sehr viel beitragen zu einer Umverteilung, um auch viele Projekte erst mal zu ermöglichen. Vielleicht gibt es dann ja auch gar kein Geld mehr, sondern irgendwie andere Formen, die dafür entwickelt wurden. Aber falls es, ich glaube, um da hinzukommen und wahrscheinlich auch dann noch, ist es super wichtig, auch über Geld zu sprechen und Geld ganz konkret umzuverteilen. Deswegen packe ich, genau, ein bisschen Geld in den Koffer. Dina, möchtest du auch was mit einpacken? Ja, ich habe das leider nur symbolisch da und das schließt auch tatsächlich an Franzis an. Ich habe lange über diese Frage nachgedacht und ich habe mir gedacht, wenn jetzt wirklich so viele Immobilien und Grund und Boden enteignet werden, werden wir wahrscheinlich erst mal in eine große Finanzkrise stürzen. Deswegen würde ich einen Goldbarren mitnehmen als stabile Wertanlage und Absicherung für uns. Genau, also ich hoffe natürlich auch auf ein solidarisches Wirtschaftssystem und dass wir da andere Lösungen befinden. Aber für den Fall der Fälle ist das jetzt mein Beitrag zur Vorsorge für 2048. Morne, ist auch ein Stück von dir in dem Koffer? Ja, ich würde meine Geburtsurkunde da reinlegen. Weil dieses Dokument heutzutage immer noch ziemlich viele Diskriminierungen struktureller Natur irgendwie vereint und gerade was, genau, also es ist ja irgendwie ein Dokument, was die Geburt eines Kindes fest schreibt und die uns das ganze Leben begleitet. Und genau, einige wissen das vielleicht, andere noch nicht. Also es ist gerade im Moment in Deutschland nicht möglich, zum Beispiel gleichgeschlechtliche Eltern in der Geburtsurkunde stehen zu haben. Also es gibt immer Mutter und Vater. Trans-Eltern können auch die Geburtsurkunde ihrer Kinder nicht ändern. Es ist nicht möglich, auch selbst wenn sie schon, genau, also wenn sie sozusagen mit ihrer Transition schon fertig sind und sie ein Kind gebären, zum Beispiel ein Trans-Mann oder trans-männliche Person und ein selber schwanger ist und ein Kind gebärt, dann steht diese Person als Mutter in dieser Geburtsurkunde. Und das finde ich ziemlich krass und diskriminierend. Und genau, oder es stehen auch immer nur zwei Leute drin, es ist nicht möglich, dass drei Leute die Eltern sind bei der Geburt des Kindes. Und das wäre, ja, das ist so ein Dokument, was ich gerne als historisches Dokument dann in der Zukunft sehen würde, was sich dann verändert hat. Ich bin jetzt leicht bewegt von allen euren Sachen, die ihr mitgeben würdet. Danke dafür. Der Koffer ist jetzt auch schon eingepackt und in das Jahr 2048 geschickt. Und ich möchte mich nur herzlich bedanken an alle unsere SprecherInnen, an alle unsere ZuhörerInnen, die bis zum Ende da waren. Und hier kommt noch mal, da wir über das Buch Zukunft für alle immer wieder gesprochen haben, das könnt ihr entweder kostenlos herunterladen oder auch bestellen, die gedruckte Version. Und falls ihr weiter informiert werden möchtet über unsere Arbeit im Konzeptwerk, könnt ihr euch gerne auch den Newsletter bestellen. Und so wie immer bei politischer Arbeit sind auch wir großteils an Spenden angewiesen und wenn ihr Lust habt, unsere Arbeit zu unterstützen, freuen wir uns sehr über Spenden. Und damit ist unser Podium heute zu Ende. Danke nochmals und noch einen schönen Abend euch. bis zum Ende. Untertitelung des ZDF, 2020